Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Falter-Radio für Samstag, den 26.01.2019. In Syrien haben kurdische Kämpfer die Hauptlast des Kampfes gegen den sogenannten islamischen Staat getragen, mit militärischer Unterstützung der USA. Die Kurden kontrollieren jetzt ganze Landstriche im Nordosten des Landes, aber Donald Trump will alle amerikanischen Soldaten aus Syrien zurückziehen. Die Türkei droht mit Einmarsch. Ein neuer Konflikt in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land steht bevor. Ich begrüße zwei Gesprächspartner, die das Krisengebiet vor kurzem bereist haben. Willkommen Michel Raimund. Michel Raimund ist Europaabgeordneter der Grünen und ich freue mich, dass der Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger gekommen ist. Guten Tag. Thomas Schmiedinger setzt sich seit langem mit dem Dschihadismus in der Region und mit den kurdischen Kämpfern auseinander. Michel Raimund, bevor wir über Syrien sprechen, ein innenpolitisches Thema. Sie sind von Vizekanzler Strache geklagt worden, weil Sie sich auf Twitter als Strache ausgegeben haben. Warum tun Sie so etwas? Naja, das war an dem Tag, als das Urteil im Siege-Maurer-Prozess war, als es eben um Identität im Netz und was kann man tun gegangen ist. Strache ist da das zuständige Regierungsmitglied, hat aus meiner Sicht völlig irrsinnig die Siege-Maurer ja auch kritisiert, sie hätte klagen sollen, wo sie gar nicht das rechtliche Möglichkeit dazu hat. Und um zu zeigen, wie schwierig das mit diesen Identitätsdingen und Fälschungen ist, habe ich für ungefähr drei Minuten einen solchen Tweet online gehabt. Nicht länger, weil natürlich durch das Umstellen des Namens jeder weitere Tweet auch unter dem Namen erschienen wäre. Aber mit einem Foto des Strache? Ja, aber natürlich mit meinem Account. Und eine Aussage, das finde ich ja bizarr dran, eine Aussage quasi gemacht, die er fast wortwörtlich, zumindest sinngemäß, selbst so gemacht hat. Jetzt klagt er deswegen, ist am Montag der Prozess. Ja, schauen wir mal, er hat offensichtlich im Moment nichts Besseres zu tun. Er ist zu kritisieren und er ist eindeutig auch ironisch zu kritisieren. Er ist das zuständige Regierungsmitglied in dieser Causa und ein Politiker muss sich die Kritik gefallen lassen. Mir geht es ehrlich gesagt gar nicht um den Einzelfall, sondern das wäre ja unerträglich in Wahrheit, wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr zu kritisieren wäre durch einen Oppositionsabgeordneten mit eindeutig satirischem Hintergrund. Der ganze Tweet geht ja darum, dass Identität zu fälschen ist und Menschen eine falsche Identität umgehängt werden kann. Das steht ja noch extra drin. Also auffälliger mit warmen Blinklampen kann man gar nicht schreiben, dass genau das das Thema ist. Wenn er das nicht versteht, ist das, sagt er es einmal. Herr Raimann, weg von der österreichischen Innenpolitik. Sie sind grüner Europaabgeordneter. Was bewegt einen grünen Europaabgeordneten, ins syrische Kriegsgebiet zu fahren? Naja, ich bin im Europaparlament in den Delegationen für diesen Raum, also zuständig auch im Außenpolitischen Ausschuss für diese Gegend. Habe natürlich vor Weihnachten schon mitbekommen, wie sich die Situation zuspitzt. Man hat durchaus schon spekuliert, ob eine türkische Invasion in den Weihnachtswochen stattfindet. Jetzt kenne ich den Thomas Schmidinger schon seit Jahren. Wir haben zu dieser Region mehrfach kooperiert und der Thomas hat die Reise vorbereitet gehabt und mich gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Und das ist, wie gesagt, die groß anstehende politische Frage in der Region jetzt in den nächsten Wochen. Das Europaparlament ist leider zu gut darin, oder überhaupt Europa, nicht nur das Europaparlament, ist zu gut darin, wegzuschauen bei der Thematik. Also wollte ich mir vor Ort selbst ein Bild machen. Bringt das auch ins Europaparlament? Wir haben es schon im Ausschuss diskutiert. Wir haben im Februar jetzt eine Aussprache im Plenum dazu. Und ich kann jetzt sozusagen, das ist das, was ich tun kann, um das einmal auf die europäische Ebene zu heben. Jetzt der Thomas Schmidinger, wie muss man sich das vorstellen? Wie bereitet man so eine Reise vor? Wie läuft das ab aus Brüssel und Wien? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil man dann natürlich über eine Grenze reisen muss, die eigentlich von beiden Seiten von nicht staatlichen Akteuren kontrolliert wird, nämlich von den irakischen Kurden und den syrischen Kurden. Also man muss dafür mit beiden Seiten einige Gespräche führen, um die Erlaubnis zu bekommen, über die Grenze zu kommen. Und dann natürlich auch das Programm von hier aus mit Freunden in der Region gemeinsam organisieren, damit man einfach logistisch abgeholt wird und zu den jeweiligen Personen kommt. Vor allem, dass man in dieser kurzen Zeit, die man dort ist, möglichst viele Gespräche führen kann mit Politikern und Politikerinnen, aber auch mit Vertretern von verschiedenen Communities, die wir dort getroffen haben. Die Regierungen, also die irakische Regierung, die syrische Regierung, sind die in irgendeiner Weise in einer solchen Reise involviert? Nein, wir kommen dort sozusagen weder mit der irakischen noch mit der syrischen Regierung in Kontakt. Wir landen in Erbil, das ist Teil des Autonomiegebiets des Irak, der Kurden dort. Und wir fahren dann zum Grenzübergang nach Semalka in das von den Kurden und ihren Verbündeten kontrollierte Nordostsyrien. Sie sind dann in diese kurdische Region in Syrien gekommen und das ist Bürgerkriegsgebiet. Das ist noch vor kurzem sind dort weite Teile vom IS kontrolliert worden. Wie erlebt man das? Wie sieht es dort aus, Michel Reimann? Das war eine hochspannende Erfahrung. Natürlich ist die Gegend bitterarm und zerstört. Und selbst Hauptstraßen sind teilweise Lehmstraßen mit nur mehr Resten an Asphalt und Beton. Andererseits in Anbetracht dieser Umstände und wirkt es wirklich gut verwaltet. Am Anfang hat man so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt alles sehr, sehr kontrollierte Message-Control, würde man bei uns sagen. Wenn mehrere Gesprächspartner, mit denen du sprichst, schon sehr ähnlich in der Ausdrucksweise sind, alle als erstes betonen, wie wichtig es ist, dass alle Volksgruppen zusammenhalten, dass wir das alle miteinander machen. Und alle gemeinsam am Wiederaufbau arbeiten. Und dann kommst du irgendwann einmal darauf, dass das Verhältnis dieser Volksgruppen zueinander, man muss es so verstehen, die Kurden sind die größte Volksgruppe dort unten, aber sie alleine wären nicht stark genug, um diese Region zu kontrollieren. Also sind sie verbündet mit mehreren christlichen Gemeinden, jesidischen Gemeinden, mit säkularen Arabern und säkularen Moslems. Und die sind wieder alle zusammen mehr als die Kurden und Kurdinnen. Und das ist ein sehr fragiles Ding, die sich gegen Assad und gegen den IS und so weiter nur dann wehren können, wenn sie zusammenhalten und ihre interne Vielfalt sich nicht gegenseitig bedrohen. Und das betonen sie mit jedem Wort in jeder Aussage. Wie schaut es dort aus? Zerstörte Häuser, Straßen? In welchem Zustand sind die Menschen? Kommt natürlich dann darauf an, ob es jeweils Kampfgebiet war oder nicht. Aber Hotel ohne Heizung, Schulen mit, keine Ahnung, Möbeln aus den 50ern, seitdem nicht erneuert, wo die Tür kaum noch ganz aufgeht, wo es nicht mehr als eine Schachtel Kreide, als Lehrmaterial gibt. Wirkliche Armut, also völliges Fehlen von Ressourcen aller Art. Aber es wirkt stabil und abseits der Front auch friedlich. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die Leute sitzen dann dort innerhalb dieser Region in Todesangst. Man muss ja sagen, dass ein Teil dieser Region, nämlich der, vor allem in der der Michel Reimer noch war, von 2012 weg von den Kurdinnen und Kurden kontrolliert worden ist. Der größere Teil davon ist zwischendurch vom IS kontrolliert worden und dort waren die Kampfhandlungen. Das heißt, Städte wie Derik zum Beispiel oder Amude waren nie direkt Kriegsgebiet, waren aber natürlich davon betroffen und das sieht man in der Armut, die der Michel Reimer noch geschildert hat. Aber es gibt natürlich weiter südlich viele Gebiete, wo wirklich Städte zerstört sind, weil dort Kampfhandlungen stattgefunden haben und die mühsam von den syrischen demokratischen Kräften, wie diese Militärallianz heißt, vom IS zurückgeobert worden sind. Mit wem haben Sie gesprochen? Wer waren Ihre wichtigsten Gesprächspartner? Ich habe mit verschiedensten politischen Akteuren gesprochen. Also der wichtigste, den wir gemeinsam getroffen haben, war sicher Alda Khalil, der die Funktion eines Art Außenministers der Region hat. Aber wir haben auch mit Vertretern von verschiedenen christlichen Gemeinschaften gesprochen, sowohl mit Priestern als auch mit Politikern christlicher syrischer Gemeinden und armenischer Gemeinden in der Region. Und ich war dann auch noch in Kobani und in Aynissa, also Kobani, die Stadt, die 2014 vom IS überrannt worden ist und sich nur mit extremer Mühe und hohen Verlusten verteidigen konnte, damals weitgehend zerstört worden ist und jetzt wieder aufgebaut worden ist. Und diese Stadt, ich war wirklich beeindruckt, wie viel an Wiederaufbau selbst organisiert unter diesen Bedingungen in kurzer Zeit möglich ist. Aber die Stadt bereitet sich jetzt sozusagen auf den nächsten Krieg, diesmal gegen die Türkei vor. Und die Menschen dort haben mich schon sehr verzweifelt gefragt, warum tut ihr Europäer nichts? Wir werden jetzt vielleicht noch einmal überrannt. Und das Gefühl ist so zwischen Trotzigem, dann bauen wir die Stadt wieder auf und verzweifelt, warum lässt uns die Welt im Stich? Und dort habe ich mit mehreren Zivilisten gesprochen, die dort zu einem Protestcamp gegen die türkische Invasion sind, auch mit politischen Vertretern und mit einem Pastor einer christlichen Gemeinschaft, die ursprünglich in Afrin war und die nach Kobani jetzt geflüchtet ist, weil Afrin ja schon vor einem Jahr von der Türkei besetzt worden ist und dort die religiösen Minderheiten alle vertrieben worden sind. Es hat in den letzten Wochen zwei Terroranschläge gegeben in der Region, die von IS wahrscheinlich in irgendeiner Weise entweder voll organisiert wurde oder inspiriert wurde. Auch Amerikaner sind dabei getötet worden. Ist die Sorge von einem Comeback des IS groß in der Region, Michel Reimann? Hätte ich nicht als das zentrale Thema dort wahrgenommen. Die Angst vor der Türkei ist wesentlich größer. Also natürlich, der IS kann punktuell bestialische Morde begehen, aber das akute Thema ist der Einmarsch der Türkei. Und da ist die allererste Sorge nicht die formelle türkische Armee, sondern dass es islamistische Verbände, die von Erdogan unterstützt werden, gibt, Milizen gibt, sowohl syrische als auch türkische, die als erstes über die Grenze kommen würden. Wenn man da mit den armenischen Christen spricht, die haben den Genozid von 1915 vor Augen. Die sagen dann auch, wenn die kommen, kämpfen wir bis zur letzten Patronen, weil da gibt es kein Ergeben. Das Schockierende für mich, was unten dann aber in voller Deutlichkeit durchgekommen ist, auf allen politischen Ebenen, von Bürgermeistern bis zum Außenminister, war, jetzt führt man jahrelang Krieg gegen Assad, aber wenn die Wahl da ist und man hat die Möglichkeit, sich gegen Erdogan nur zu wehren, wenn man sich mit Assad verbündet, dann wird das passieren. Das war von den Minderheiten ganz klar. Wer sind die Kurden? Es gibt ja unterschiedliche kurdische Parteien. Es gibt die kurdischen Parteien im Irak, in der Türkei und die syrische kurdische Hauptpartei gilt als Schwesternpartei der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei. Sieht man das? Merkt man das? Gibt es Plakate des Führers der PKK, Öcalan? Hat man das Gefühl, ja, wirklich, dass ich eine Außenstelle? Der ideologische Bezug ist auf jeden Fall da. Wobei der ideologische Bezug bedeutet jetzt nicht die Frühphase von Öcalan, wo er marxistisch-leninistisch war, sondern die Ideen, die er in Haft letztlich entwickelt hat, von einem demokratischen Autonomiesystem sozusagen. Also diese Bezugnahme ist auf jeden Fall da. Allerdings muss man sagen, dass die Partei dort, die Demokratische Unionspartei, eine Schwesterpartei ist und in keinster Weise die Türkei von syrischem Boden angegriffen hat. Das heißt, der Kampf der PKK-Einheiten in der Türkei ist einer, der innerhalb der Türkei geführt wird und teilweise auch noch von irakischem Territorium aus, von den Kandilbergen, die Grenze zwischen dem syrischen Teil Kurdistans und dem türkischen Teil Kurdistans war allerdings seit 2012 stabil. Da gab es nie welche Gruppen, die angegriffen hätten die Türkei. Im Gegenteil, die Türkei hat eigentlich das gesamte Gebiet über, und das sieht man auch sehr gut, wenn man die Straßen entlang nach Westen fährt, eine sehr hohe Betonmauer, meistens so drei bis vier Meter, entlang der Grenze errichtet und hier wirklich die Grenze geschlossen. Also es gibt keine Aggression von kurdischer Seite auf türkisches Territorium von Syrien aus. Das kann sich erändern, das könnte sich erändern. Wenn das die gleiche politische Strömung ist, kann wahrscheinlich... Das wird sehr stark von der Türkei selbst abhängen. Aus türkischer Sicht kann man wahrscheinlich sagen, okay, das ist eine Stärkung der PKK, wir sind im Bürgerkrieg mit der PKK, das wollen wir nicht zulassen. Da finde ich eine Sache jetzt auch aus europäischer, außenpolitischer Sicht wichtig. Diese Region hat sie in der Selbstverwaltung lange Zeit Rojava genannt. Der Westen, also definiert anhand des kurdischen Siedlungsgebietes in der Region, das über den Irak drüber geht und die Türkei, als der Westen des kurdischen Siedlungsgebietes. Das hat gestoppt. Sie nennen sich jetzt bewusst autonome Region Nordost-Syrien und das ist ein politischer Akt. Also sie definieren sich nicht mehr als Teil eines kurdischen Siedlungsgebietes, sondern als Teil Syriens, haben die auch in den Gesprächen dann mit mir sozusagen, ihnen ist klar, es wird keine Unabhängigkeit geben, keine Anerkennung eines unabhängigen kurdischen Staates. Alles, was es geben wird, ist irgendwann einmal Frieden in Syrien und innerhalb dieses Friedens wollen sie Selbstverwaltung haben und nicht diktatorisch regiert werden. Das ist auch eine sehr klare Ansage, dass jetzt sozusagen kein Interesse besteht, sie mit den PKK-Regionen in der Türkei zu vereinen und was auch immer. Man darf ja nicht vergessen, dass mittlerweile das arabische Siedlungsgebiet wesentlich größer ist, das von dieser Kraft kontrolliert wird und das auch in den Militäreinheiten der syrischen demokratischen Kräfte mittlerweile 70 Prozent Araber sind und die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, YPG eigentlich zwar noch der am besten organisierte Teil dieser Einheit ist, aber nicht mehr der dominierende Teil. Aber ist es nicht so, dass bei all diesen Institutionen, die offensichtlich breit aufgestellt sind, auch mit verschiedenen Volksgruppenvertretern, letztlich, was passiert, entscheidet irgendein Funktionär der Öcalan-Partei in Syrien? Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt sicher wichtige strategische Überlegungen, die von Anfang an von dieser Schwesterpartei der PKK getroffen worden sind. Aber aufgebaut worden ist parallel dazu ein sehr inklusives System, das vor allem eben die ethnischen Minderheiten und auch die Araber in der Region in dieses System über so eine Art Rätesystem inkludiert. Meines Erachtens sind diese nicht-kurdischen Volksgruppen sogar deutlich besser integriert als rivalisierende kurdische Parteien. Also vor allem jene, die mit der Regionalregierung Kurdistans im Irak sympathisieren, sind großteils noch außen vor. Also da gibt es sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Demokratisierung. Aber man sollte nicht die Augen verschließen, davor in welcher Region das passiert. Also von allen Entitäten, die es jetzt auf syrischem Territorium gibt, ist das die einzige Entität, in der es sowas wie einen gewissen Pluralismus und eine zivile Verwaltung gibt. Was sind die anderen? Das ist das Regime, das extrem totalitär ist. Das sind die dschihadistischen Gruppen unter der Führung von Hayatah Rirasham. Und das ist eine türkische Besatzungszone, in der Milizen mit mehr oder weniger islamistischer Ausrichtung mit der türkischen Armee gemeinsam das Gebiet verwalten. Also wenn es eine Hoffnung gibt, dass sich dann auch etwas in Richtung zumindest eines pluralistischen, halbwegs zivilen Systems entwickeln soll, dann ist das eigentlich nur in der Region. Michel Raimund, sieht man dort die Amerikaner, die haben eine militärische Präsenz. Es gibt 2000 amerikanische Soldaten, Amerikaner fliegen Luftangriffe. Also ich habe mich mit ihnen nicht getroffen und war dann auch nicht so weit drüben im Westen, um in die Region zu kommen. Und ich habe mich auch ganz konzentriert darauf, die Politiker der Verwaltung zu treffen. Und da möchte ich nur ein kurzes Beispiel erzählen. Das für mich, wie soll ich sagen, das Eindrücklichste war, um zu sagen, okay, dieses Projekt scheint politisch wirklich in eine unterstützenswerte Richtung zu gehen, weil alles, was du vorgeführt kriegst als Besuchender EU-Abgeordneter, musst du sowieso dreimal mit Vorsicht genießen. Aber dann gab es eben einen Punkt, wo ein Hotelbesitzer, wissend, dass ich EU-Abgeordneter bin, wissend, dass die Beamten der Autonomiebehörde am Tisch sitzen, plus Bürgermeister und Bürgermeisterin der Stadt, quasi auf mich zugekommen ist und, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde auf mich eingeredet hat, wie großartig eigentlich Assad ist. Und dass man diese ganze Autonomiebehörde alles vergessen soll und Vereinigung mit Assad, weil besser als mit dem geht es nicht mehr und wird es nicht mehr. Und das eine ist, dass sie ihn reden haben lassen. Das andere ist aber noch viel faszinierender, dass der keine Angst hatte, dass rundherum die Soldaten der Autonomiebehörde und die Politiker und die Beamten zuhören und auch hören, wie er jetzt eine EU-Abgeordnete bearbeitet mit, er soll Assad unterstützen. Und der hat schlicht und einfach keine Angst davor gehabt, dass ich abreise und er bestraft wird. Offenlich ist das nicht nachher dann doch passiert? Ja, das hat nicht so gewirkt, als wüsste der nicht, was er tut. Es war nicht zwei Minuten geredet, sondern sie haben mit ihm dann diskutiert und dann haben noch sozusagen bis zu dem Spruch mit, naja, schau hier, kannst du das jetzt sagen, dass du den super findest. Ich könnte drüben auf der anderen Seite nicht sagen, dass ich ihn nicht super finde. Es ist schon in Anbetracht dessen, dass dort seit sieben Jahren Krieg ist, gibt es garantiert keine Heiligen mehr in dieser Region, aber es ist zumindest der Versuch, tatsächlich ein demokratisches System aufzustellen und innerhalb dessen kann man dort unten sicher noch immer noch sehr viel. Ich meine, meine ein bisschen skeptisch klingenden Fragen hängen wahrscheinlich damit zusammen, dass es viele Befreiungsbewegungen gegeben hat in der Welt, die sich dann doch als autoritäre Sekte herausgestellt haben und das, was an Demokratie verkauft wurde, dann in der Wirklichkeit... Nein, nein, es gibt auch, du hast einen Hang zum Autoritarismus auch und ich würde sagen, ich bin ja nicht das erste Mal unten gewesen, ich bin eigentlich jedes Jahr unten. Es gibt beide Entwicklungstendenzen und je länger natürlich eine Kriegssituation dauert und je weniger Unterstützung von außen und je weniger auch Austausch mit der Welt stattfindet, desto stärker sind die autoritären Tendenzen. Wenn es aber eine gewisse Stabilisierung dieses Gebietes gibt und einen entsprechenden Austausch auch mit der Welt, dann sehe ich eben auch das Potenzial zu einer weiteren Demokratisierung. Das Problem ist, ich treffe mich ja dort auch durchaus mit der innerkurdischen Opposition immer wieder, also die, die eben teilweise im Exil sitzen, teilweise dort auch Fundamentalopposition machen und wenn man mit denen spricht, dann gibt es da durchaus auch Repression denen gegenüber, aber sie trauen sich trotzdem, mich zu treffen und mit mir über ihre Perspektive zu reden. Vor allem aber merke ich immer wieder, dass die Repression, die es gibt gegen diese Gruppen, meistens im Kontext eben des Kriegs und von Sicherheitsbedenken stattfindet und das ist natürlich etwas, was durch diese Kriegssituation auch mit provoziert wird und da glaube ich, wenn es eine friedliche Entwicklung in der Region gäbe, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses politische System weiter zu öffnen. Es gibt Gefangenenlager für Gefangene aus dem sogenannten islamischen Staat, die von den Kurden gefangen genommen wurden und jetzt festgehalten wurden. Haben Sie da Einblick bekommen, wie das dort zugeht? Ja, ich habe zwei von den drei Camps gesehen, in denen Frauen und Kinder des IS festgehalten werden. Wie groß sind die ungefähr, dass man sich das vorstellen kann? Na, das sind jeweils einige hundert Frauen mit Kindern, im dritten sind es auch, glaube ich, 1500 ungefähr. Das schaut aus wie ein Flüchtlingslager, nur dass es bewacht ist und dass die Frauen nicht ohne Begleitung hinaus dürfen. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass diese Camps für die Frauen und Kinder von den weiblichen Einheiten der Kurden kontrolliert werden und dort eigentlich wirklich diese sogenannten Frauenverteidigungseinheiten die gesamte Sicherheit und die Verwaltung des Lagers überhaben. Und dass in dem einen Camp, in dem ich zweimal war und ein bisschen länger war und auch mit Insassen gesprochen habe, es sichtbar war, dass das Verhältnis zwischen den bewachenden Frauen und den Frauen, die dort inhaftiert sind, ein sehr gutes ist. Ich kenne auch österreichische Justizanstalten, weil ich dazu geforscht habe. Also das Verhältnis zwischen diesen Frauen und den Insassen in den Lagern ist ein deutlich verständnisvolleres und fast schon herzlicheres als das, was wir in österreichischen Justizanstalten haben. Bei den Männern ist es etwas anders. Die Männer sitzen wirklich in Haftanstalten und da ist die Situation wahrscheinlich nicht ganz so toll wie in den Camps für die Frauen und Kinder. In einer war ich, aber das sind Hochsicherheitsbereiche, wo es sehr viel schwieriger ist, sich selbst ein Bild von den Lebensumständen zu machen. Was aber schon dazu gesagt werden muss, ist, dass das die einzige Region im ehemaligen IS-Gebiet gibt, in der es überhaupt in größerem Ausmaß verhaftete Männer gibt. Denn die syrische Armee und auch die irakische Armee haben männliche Kriegsgefangene, also männliche Kämpfer des IS-Großteils exekutiert und das haben die syrischen Kurden nicht gemacht. Wie viele Gefangene gibt es ungefähr alle zusammen von IS? Ja, das ist schwer zu sagen, weil es sich jeden Tag ändert, aber es sind jedenfalls mehrere Tausend und darunter auch wirklich Kämpfer und Kader des IS. Und eine der Befürchtungen, die jetzt natürlich auch existieren, ist, dass diese Leute, wenn die Türkei einmarschieren würde, auch wieder freikommen. Denn was mir alle Kommandanten der Lager gesagt haben, auch die Oberkommandierende dieser drei Frauenlager, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass sie keine Gefangenen exekutieren werden und diese auch nicht dem Regime übergeben werden. Sollte sozusagen die Türkei einmarschieren und sollten die verbündeten Milizen in die Gewalt dieser Gefangenen kommen, dann haben sie nicht mehr die Verantwortung und dann kann es durchaus sein, dass diese Milizen die Leute auch wieder freilassen. Aber dann habt ihr Europäer das. Haben Sie als Europaabgeordneter Informationen bekommen, wie viele europäische Staatsbürger da gefangen gehalten werden von den Kurden? Das haben wir intensiv besprochen, auch mit Alda Kalil und so. Wir haben da wirklich ein Problem auf uns zukommen mit 900 Kämpfern. Da reden wir jetzt nur von den Männern, mit EU-Pässen. Sind auch Österreicher drunter, nach Ihren Informationen? Unter den Männern nicht, nein. Aber unter den Frauen schon? Es soll drei Frauen geben, aber unter diesen 900 Kämpfern sind keine österreichischen Staatsbürger. Aber drei österreichische Staatsbürgerinnen, die da in den kurdischen Gefängnissen sind. Als IS-Angehörige von IS-Kämpfern oder IS-Kämpfer, ist das klar? Frauen von IS-Kämpfern. Die IS hat keine Frauen als Kämpferinnen eingesetzt. Bei den 900 Männern muss man sagen, da müssen wir jetzt wirklich, da muss die Europäische Union jetzt sich schnell überlegen, wie man damit tut und deswegen auch die Diskussion im Europaparlament und so weiter. Wir grundsätzlich, die Kurden hätten gerne, dass die Europäische Union diese Leute zurücknimmt. Das sind unsere Staatsbürger. Und die europäischen Regierungen reagieren nicht auf diese Anfragen. Haben natürlich keine Ahnung, was man mit diesen Leuten macht. Die kannst du bei uns einige Jahre einsperren. Aber was dann, das sind ja immer noch radikale Islamisten. Jetzt war es bis jetzt relativ bequem, die dort unten im Gefängnis sitzen zu lassen. Nur, wenn diese Invasion kommt, wenn diese islamistischen Milizen als erstes über die Grenze gehen und diese Gefängnisse überrennen, dann sind die Kurden und ihre Verbündeten eben ganz deutlich und sagen, wir ziehen uns von den Gefängnissen zurück und wir werden niemanden hinrichten. Das Allererste ist einmal, dass ich hoffe, dass keine europäische Regierung sie jetzt auffordert, die eigenen Staatsbürger hinzurichten. Also sind dann diese Leute dort befreit von islamistischen Milizen. Und das kann niemals in unserem Interesse sein, dass die untertauchen, verschwinden, sie quasi zuerst einmal in Luft auflösen und irgendwann wieder in Europa in ihren Netzwerken auftauchen. Das heißt, um das zu verhindern, müssen wir jetzt einmal dort unten das Ganze stabilisieren, schauen, dass es nicht zur Invasion kommt. Und da muss aus meiner Sicht ökonomischer Druck auf die Türkei jetzt erfolgen. Es gibt ein Zollabkommen, es gibt Zahlungen rund um die Flüchtlingssituation in der Türkei. Wir haben andere diplomatische Möglichkeiten, wie die Diskussion PKK auf der Terrorliste, ja oder nein. Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei, ja oder nein. Ich war zum Beispiel immer der Meinung, die Türkei wird seit meines Lebens niemals der Europäischen Union beitreten, aber es ist innenpolitisch dort unten ein Thema. Also soll man sich das als Hebel aufheben, um Druck in Verhandlungen zu machen? Jetzt ist so eine Situation. Man muss Erdogan jetzt schlicht und einfach vor die Wahl stellen aus meiner Sicht und sagen, wenn dieser Einmarsch erfolgt, wenn die Gefahr besteht, dass diese islamistischen Truppen die IS-Kämpfer befreien, sorry, dann gibt es kein Zollabkommen mehr mit uns um die PKK kommt von der Terrorliste. Was wollen die gefangenen IS-Kämpfer oder die gefangenen Frauen von IS-Kämpfern europäischer Nationalität? Ich habe nur mit einzelnen Frauen gesprochen, nicht mit den Männern. Das sage ich jetzt nicht hier, aber mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die wollen nach Europa zurück und zwar vor allem wegen den Kindern. Ich habe mit Personen gesprochen, die, und das sieht man auch im Camp, selbst an der Kleidung, die sehr unterschiedlich ideologisiert sind. Also es gibt in diesem Camp Frauen, die weiterhin sehr strikt mit dem Niqab durch die Gegend spazieren und welche, die nur den Jador tragen, also das Gesicht frei haben. Aber was man schon merkt, ist, dass das Frauen sind, die auch für ihre Kinder irgendeine Zukunft wollen und denen klar ist, dass die Kinder in diesen Gefangenenlagern keine Zukunft haben. Manche sehen ein, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Manche glauben auch, dass sie selbst sozusagen nicht diesen Fehler gemacht haben, sondern ja eigentlich nur ihren Männern nachgezogen sind und fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt, dass man sie jetzt bestraft. Aber die europäischen Frauen, mit denen ich sprechen konnte, wollen zurück nach Europa. Ihnen ist auch klar, dass sie in Europa bestraft werden. Dass sie ins Gefängnis kommen wahrscheinlich. Ja, also in Österreich, die Rechtslage ist in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. In Österreich würden sie wohl wegen § 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden und wohl auch zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Die würden aber trotzdem lieber zurückkommen. Aber auch das ist ihnen lieber, weil natürlich Haft unten genauso existiert und die Kinder zumindest hier in Österreich eine Zukunft hätten oder in anderen europäischen Staaten, wo sie halt jeweils zurückkehren würden. Also das von den Frauen her ist das eindeutig der Wunsch. Von den kurdischen Bewacherinnen ist das auch der Wunsch. Bisher haben eben keine einzigen europäischen Regierungen diesem Wunsch entsprochen. Die einzigen Länder, die ihre Gefangenen zurückgenommen haben, waren der Sudan, Kasachstan und ich glaube Turkmenistan. Also es sind jedenfalls keine europäischen Staaten dabei. Der Wunsch ist aber explizit da, die zurückzugeben. Und es bräuchte eigentlich nur eine formale Anforderung einer Regierung um Übernahme der Gefangenen und dann würde das erfolgen. Was sagt die österreichische Außenministerin, wenn Sie das berichten? Herr Reimann. Naja, zu dem Thema ist Mentraut zur Außenministerin ein begrenzt guter rund um die Putin-Einladung, rund um ihre Hochzeit und unten mit Assad. Da geht es um Assad. Naja, es geht genau um das, weil wenn Assad sich dort unten letztlich als Sieger aus dieser Sache rauskommt, durch die türkische Drohung, auf den setzt Putin seit acht Jahren. Putin ist der große Sieger dieser Geschichte. Aber um jetzt nicht das Thema zu wechseln, Österreich hat ein Interesse und die österreichische Bundesregierung setzt das heute auf ihre Art und Weise um, nämlich durch Ignorieren der kurdischen Bewegung unten. Unser Interesse sollte sein, da werden Sie alle darauf einigen können, dass wir einmal keinen Terror importieren und dass wir mit diesem islamistischen Problem, das dort tatsächlich existiert, in einer Art und Weise umgehen, dass es löst. Ignorieren löst es nicht, definitiv nicht. Das kann nicht in unser aller Interesse sein und das passiert jetzt gerade. Sind Sie dafür, dass die gefangenen IS-Kämpferinnen nach Österreich zurückgeholt werden? Also jetzt kurzfristig bin ich dafür, dass wir alles investieren, damit dort unten keine Invasion stattfindet und die nicht befreit werden. Das steht jetzt einmal sofort an. Und dann müsste man wirklich ernsthaft darüber diskutieren, wie wir, und zwar nicht mit, die sollen in drei Monaten in ein Flugzeug steigen, dann fliegen wir es nach Österreich und haben ihren Wunsch erfüllt und das geht es nicht, sondern man müsste sich überlegen, Österreich ist jetzt mit den männlichen Kämpfern nicht betroffen, aber die Länder, die damit betroffen sind, das sind Staatsbürger und die jeweiligen Nationen haben die Verantwortung dafür. Man muss sich mit Programmen überlegen, wie man diese Leute nicht mehr zu gefährdern macht, weil wenn die zehn Jahre in dieser Region unten bleiben und dann als Gefährder kommen, bleibt es immer noch ein europäisches Problem. Es sich wegwünschen geht nicht. Und die drei österreichischen Frauen? Wir werden uns um unsere Staatsbürgerinnen soweit kümmern müssen, finde ich, dass sie da in Sicherheit kommen. Die Kinder sind ja auch Staatsbürger, das darf man nicht vergessen. Die Kinder sind ja österreichische Staatsbürger. Wie viele Kinder sind betroffen? Kannst du den österreichischen? Ungefähr zwei, drei. Es ist eine kleine Zahl. Es ist eine kleine Zahl an Frauen und Kindern. Ich möchte damit im Moment noch nicht an die Medien gehen, weil ich da dran bin noch. Und es könnten die nächsten Tage auch noch ein, zwei dazukommen. Ich bin da auch ein bisschen involviert in die Übergabe von Personen. Also deshalb gehört das im Moment noch nicht an die Öffentlichkeit. Aber es ist eine kleine Zahl an österreichischen Frauen und Kindern. Und die Kinder sind auf jeden Fall völlig unschuldig in dieser Sache und sind auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das darf man nicht vergessen. Das war das Falter Radio für Samstag, den 26.01.2019. Ich bedanke mich bei Thomas Schmiedinger und bei Michele Reimann. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es Analysen und Berichte immer wieder auch zu internationalen Themen. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, ein Hinweis, ein Falter-Abo, können Sie auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut für Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Untertitelung des ZDF, 2020